Dieses Video zeigt dir, wie gut deine Augen sind. Alles, was du dafür tun musst, ist einfach nur den weißen Punkt da oben zu fokussieren, drauf zu gucken und so wenig wie möglich zu blinzeln. Und dann wird am Ende etwas Unglaubliches passieren. Vertraut mir, Leute. Schaut einfach den weißen Punkt an. Wie gesagt, so wenig wie möglich blinzeln. Und wir sind auch fast schon durch. Seid ihr bereit, Ladies and Gentlemen? Das wird so krass gleich. Wir legen los. 3, 2, 1. Wenn ihr nämlich jetzt noch Farben seht, dann ist das eine Täuschung. Das Bild ist schwarz-weiß. Like, wenn es bei euch geklappt hat.